Tagschön, Popachschön, liebe Freunde, liebe Feinde, mein Name ist Blumio. Ihr seht hinter mir, die Sonne geht unter, ein sehr poetisches Ambiente für Blumio und Toxic. Er hat mir heute drei Beats ausgesucht, es geht mal wieder los, besiegt den Beat. Und mal gucken, was der so für mich ausgesucht hat. Zack. Ja, schon mal lateinamerikanische Piano. Ich brauche eine Frau, Alter, zu dem Beat. Killer. Das ist ja voll mein Ding, Alter. Kann Jay-Z direkt draufreffen, Alter. Feature mit mir. Okay, ich habe genug gehört. Okay, nächste Beat. Tag, Mädels. Okay. Das ist eher so ein 50 Cent Beat. Okay, wenn ich Gangster-Rapper werde, dann nehme ich den Song, auf jeden Fall. Okay. Der passt voll zu dem Wetter gerade, ne? Da müssen noch die Sterne funkeln, so. Yeah. Okay, mach mal kurz Stopp, ja? Ähm, ich glaub, ich nehm den letzten. Den letzten nehm ich, weil der erste hat mir zwar auch richtig gut gefallen, aber der passt vom Tempo nicht mehr so. Ich mach nochmal von neu. Ah, 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 yeah. Blume, yo. Blume, yo, ihr habt's nen Soul. Ah, yeah. Okay. Junge, ich bin ein Künstler. Ich werde geweckt von der Mittagszone, geh aufs Klo, drop in die Schüssel noch ne Stinkebombe. Uh, war wohl bisschen viel, gestern die Bratwürstchen. Ich putz mir die Zähne mit ner ausgefransten Zahnbürste. Ich geh ins Schlafzimmer, wer ist dieses Mädel? Ich sag, ja, Killepitsch beerdigt meinen Schädel. Ich weck sie auf, frag sie, wer bist du? Sie fragt mich, wer bist du? Und wir lachen uns kaputt. Höchstwahrscheinlich habe ich sie aufgegabelt in nem Club. Ich sag, ja, komm Süße, ich mach Kaffee nimm nen Schluck. Auf einmal krieg ich einen Anruf von Bruce B, der voll sauer ist und fragt, ob es mir noch gut geht. Ich sag, was soll'n dieser Kopfwick? Er sagt, du musst doch rappen heute für dieses Format von Toxic. Und ich schreib schnell nen Text auf dem Weg ins Studio. Herzlich Willkommen in dem Leben von Blumio. Dankeschön. Können wir ausmachen, ja? Okay. Von wem war der Beat? Disco Polo. Vielen Dank für deinen Beat. Du bist ein sehr guter Produzent. Der hat auch für Urchandise und so gemacht, ne? Geil, geil. Hat mich sehr gefreut. Besieg den Beat. Danke, Jungs. Können wir Foto jetzt machen, ja? Okay. Besieg den Beat.